Viparita Namaskar Sukhasana ist die einfache kreuzbeinige Stellung in umgekehrter Grußhaltung. Komm in den Schneidersitz, für Anfänger heißt das einfach, setz dich irgendwie kreuzbeinig hin, für Fortgeschrittene heißt das, gib ein Knie auf eine Faser und das andere Knie auf den anderen Fuß, so bist du in Sukhasana, dann gib die Hände hinter dem Rücken zusammen, die Handflächen zusammen mit Fingerspitzen nach oben und so bist du in Viparita Namaskar Sukhasana, die umgekehrte Grußhaltung in der einfachen kreuzbeinigen Stellung.